Verdammt du, Vater. Ja, beim letzten Mal sind wir an Hades für gestorben. Ich weiß. Spiel, dankeschön. Hey, du bist zurück! Warte, warte, was ist passiert? Mein Lied sagt, dass du von einem Redakteur getötet hast. Was bedeutet das denn? Ich habe nie so etwas gesehen. Ich will nicht darüber sprechen. Geh über dein Geschäft, Sag. Was wäre, wenn Herr Hades jetzt so kratzt? Wow. Wow. Though I probably got farther than I would have, thanks to you. Always happy to oblige. Especially when it causes me to risk my station. To risk everything I've worked for. I, uh... Oh. Da ist er weg. Oh! 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 Oh dude! Oh! 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 Oh. Oh- So, at that. But that's just the technicality. I mean, you're here, she's there. So what if you're not breathing anymore? You have all eternity ahead of you. Don't you want to see her again? Don't I want to see my Eurydice again? Why, yes. That's more than anything, my friend. Hmm. Provided she wanted to see me. I tried once to disturb her everlasting rest, as you well know. And that did not pan out as I had hoped. Hmm. You're not making this easy, obvious. I, I, I have everything here, well under control, highness. Goodbye for now. Hmm. I come to you bearing aquatic beasts. Bier. Oh, oh, oh. Okay. Thanks to her, Fios. Infection. Uh-huh. Mirror, mirror at the wall. Just tell me something beautiful. Ich will so viel Prozent wie möglich gute, guten Stuff bekommen. Zum sehr hohen Prozentsatz. How's it going? Hello, Mr. Der Bogen also. Okay. Dann, was haben wir denn hier? Funke in der Feder. Du hältst eine Ausweichschance. Okay. Was ist das von Aphrodite? Ja. Mir fehlt nur noch eins. Geheimversteck. Ähm. Ich hätte jetzt gerne... Ich kriege das Gegner in der Ferne mehr Schaden zu. Ich kriege das mit. Na dann. Auf geht's. Oh, Instantenfishing Spotathoner. Sehr schön. Was ist das? Ich verstehe, Junge Zagreus. Die Meta. Ich verstehe, Junge Zagreus, dass du siehst, dass die Schaden die Schaden zu verlieren sollst. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht zu sehen, warum. Aber ich werde dir helfen, warum nicht? Ich kann viel Unterstützung geben. Und du wirst bald wirst du fühlen, ich glaube. Spezialität Verwägen sich 80 Sekunden langsamer Aua Voll reingedasht Oh, Schatz, Vorsicht Demeter Angeben wir mal ne Runde Höllenfisch Ja, ist grad was getrunken, ne? Ach, ist ja witzig Das wird nicht gut für dich Gibt mir ne Schlesse Life Upgrade Als nächstes Okay 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 Hm, was haben wir hier? Was haben wir hier? Das ist was er fragt. Hm, wieder nur eins. Wieder nur ein Schlüssel. Hm, ist jetzt nicht so das, was ich jetzt gerne haben wollen würde, bin ich ehrlich. Okay, der Freeze ist okay. Also kann man machen. Stackt das? Ich hätte gerne Gifte oder Verderbnis oder sowas. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall kein Geld. Was zum Hinker bist du bitte? Finger? Okay. Äh, Hände? Okay. Ah, okay. Okay. Okay, ihr wollt also festhalten. Ähm, äh, inner ist noch unentdeckt. Streine, Drachen, Wellen, Herr Obama, Dödödöh, Dödödö. Stein, Wringer, mhm. Ein Takt endet, ein Takt endet, irgendwas hütt da auch noch. Ähm, keine Ahnung. Es ist halt alles beides nicht gut, dann nehme ich doch lieber den Honig. Das heißt, es ist nicht gut, es ist gelogen, es ist halt nur gerade nicht nützlich für mich. Das gefällt mir nicht. Oh. 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 As far as I can tell, all of you seem to have your struggles much like mortals do, a fear of death aside. What would you know of the struggles of gods? Now you have eternity to think on what you've done. Maybe I'll check again with you after another eon or two, see if you've learned anything more. Bye. Hm. Hm. Ops. Hoppala. Mhm. I'll take this. Oh, mein. Nektar, Diamanten, Ambrosien, Plummer, Äpfel, da ist noch was unentdeckt. Obonus. Oh. Ich darf nochmal. Ich darf nochmal. Um. Scheiße. Und tschüss. I don't have good lady Demeter, you've shown me warmth and generosity and I'm very grateful for it. Please accept this as a small token of my appreciation. Wow. An offering well suited for the season there, young Zacharias. In turn, as you are honorable and obedient, you'll have from me what the mortals have not. Okay. I'm in your distress, Demeter. In the name of Hades. I'm in your distress. Fastfalle sehen schon geil aus. Hm. Hat was, hat was. Okay. Was haben wir hier? Nein, definitiv nein. Was sinnvolles... Och, kommt schon. Duh. Duh, 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 Duh. Woop Aris Und ein Shop Nimm ich erstmal Aris Tatsächlich Oh no Oh no Ich bin sehr dankbar und wünsche ihr ihr gut. Eine Grafspezialität finden wir schon zu wenigstens irgendetwas mit Verderbnis nehmen. Ne, Aphrodite gegen... Ne, dann nehme ich lieber... Ich habe vergessen, dass ich ja das Ei nicht mehr mit habe. Das heißt, ich kriege jetzt Schaden von dem. Ne, andere Richtung. Hallo. Danach fixst du 80% Schaden zum Gegner hinter Rücksdress. Spezialität mehr Schaden. Okay, das ist tatsächlich nicht machbar. Äh, Upgrade, Luck Upgrade. Könnte ich liefern. Alles klar, dann gucken wir doch mal, wen von den Schwestern wir bekommen. Warum denn schon wieder TZ-Kunden? Oh Gott. Was ist er, da ist er? Was ist er, da ist er? Was ist er? Was ist er? Wchenne? Okay. Da hat sie mich angecharged. Nein! Oh Gott, wird das ein schlechter Run. Oh mein Lord, wird das kacke. Ui... Nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Gut.